assalamu alaikum meine lieben hier ist wieder die hadika jetzt geht es los wir sitzen hier schon wie die belscher es bewegt sich das ding die schubsen uns ins wasser ja gut los geht jetzt hocken wir da andersrum weil es geht ja in die richtung meine füße zeige ich euch nicht also mohammed munir der sänger wer kennt ihn der ist hier der ist von aswan und da gehen wir jetzt auch die villa angucken natürlich nicht von drinnen nur von draußen geld er macht uns nicht auf der kerle der bohammed munir i saw you he bring he bring zero jetzt trink ich mir ein bisschen cola light wieder hier im urlaub gell es wackelt aber ganz schön durch rechts links guck mal hier new york ist hinter uns und aswan vor uns was wollt ihr mehr guck mal hinter mövenpick hotel du die haben eine eigene insel die kerle die fahren aber langsam du ist so eine nil safari guck mal die mösen jesiradi for the plants we stop here and go inside da hast stonehenge in luxor das ist aber schön die steine halt einmal fokussieren bitte hallo jetzt what is the name in arabic for that moving this birds i am ricky we have the bob male flag you see the wrong ship you take also wir machen jetzt halt hier und zeigen euch mal den botanischen die botanische insel für die gärtnerinnen hobby gärtnerin unter euch habt ihr schon basilikum stecklinge gemacht wie ich schreibt mir in die kommentare ich freue mich immer wenn jemand was nachmacht und sagt ich habe ihr ihnen euch was gezeigt im garten weil ich habe ja selber auch keine ahnung und trotzdem fummel ich da irgendwie rum und es klappt ne von youtube gelernt freue ich mich wenn eure mütter eure frauen oder wenn ihr selbst das nachmacht why you are laughing i'm afraid something for selling inside plants this would be nice anyway i see some souk souvenirs but plants will be better oh wasser hm das haben wir auch bis jetzt habe ich alle pflanzen bei mir im garten I have also botanical garden you see for paint oh I have a color soon botanical garden office computer lab find the museum Mahmoud also ich muss leise schwätzen sonst muss ich mehr zahlen die haben gedacht ich bin Ägypterin 10 Pfund Eintritt das ist nichts für uns das ist das ist etwas das ist etwas ach so der herrberg ja also Tja, also. Und von woher? Mhm. The seeds from this, mein Schi. Malisch, das ist nicht... Allas, komm. The seeds from the ground. Mhm. Ich bin jetzt so begeistert für so Sachen, so trockene Dinger. Komm, Mahmoud, Malisch. This is boring. Guck doch nicht trockene Blätter an. Malisch, das ist nicht mein Ding. Komm. Wo sind die Ableger? Where are the... Where are the... The Sabar? The Sabar? Library. Da kannst du Bücher anklotzen. Hatte. Bücherei. So, jetzt aber. Jetzt gucken wir mal die Kakteen an. Ah. The Temple Baum. Guck. This we have seven trees in there. Look. Like this will be. Inshallah. Inshallah. When we do... This I need in there. Look. This one. From the old man. You remember? In the vasa. This I want. Huh? This is Palma. This is Palma. This is Palma. And the name also. Regia. What? This is a good, a gross thing. The Palma. But this is Kokos or what? No. Not Kokos. Not Kokos. Not Kokos. Not Kokos. Not Kokos. Not Skarnatapfel. Roman. It's written also. Hmm. Guck mal die Blumen da, die schönen. The flower is down. That's the hammer. Yeah, Labina Mahmud. Guck mal, da kannst du was abreißen. Da ist der Ableger. We don't take this one, this ugly one. When we see a gardener, we ask, we can have a piece of this and we give him money. Wenn das jeder macht, schreibt mir bloß keinen Shitstorm in die Kommentare. Jetzt geht die da noch und reißt die Blumen ab. Ah, das ist ein Nied, noch Mut. Wie kam die? Aua. Wie kam es denn? Wie war ich auch? Wie kam es denn? Wie kam es denn? Wie kam es denn? Wie kam es denn? Ah, das ist ein Nied. Das war das Nied. Ich danke dir. Wie kam es denn? Mahmoud, nicht alle in dir in deinem Lied, ich muss das Infechtung erst. Wir haben das Nied. Das Nied. Von Corona sind alles in die gött. Ich sag nichts mehr Papyrus. Die habe ich mal gehabt, aber die sind kaputt gegangen. Verlass, Mahmoud. Wir gehen hier. Guck mal, der Tempelbaum. This is the nice tree, you see. When he's older. Look how old he is, you can see. Frangipani, Mexico to Panama. In Arabic, Yasmin, Hindi. We have seven from this in our area. Will be nice in 20 years looking like that. In front of the veranda, down. Here come guests. Schöne Holz, sagt er. Sabar, Fian. Kapitän, ask this man where are the Sabar. Something. Da. Das kannst du abbrechen. Leute, ich mache nur Witze zum Lachen, gell. Das ist zum Lachen. Das ist schnell abgerissen. Guck mal. Die ist ausschließlich, die sind mir alle kaputt gegangen. Raik, er? What? What? This is zero. Mahmoud is full ugly. This is zero. Der meint das sehr. Not. Alles. Ask find this a bar. This is a bar, hindi. Alles. Die haben gar keinen Kaktus da. Also seht ihr, man braucht nichts nehmen. Die haben es ja eh nicht. Komm, Mikawalatul Mahmoud here for the ship. Wenn die keine Kakteen haben, dann können wir uns beeilen jetzt. Komm. Wie im Dschungel. Vielleicht gibt es beim Ausgang irgendwelche Samen zu kaufen oder so. Das wird ein Business sein, verstehst du? Wenn die die Samen hier sammeln und dann an die Europäer verkaufen. Das kann ich mir vorstellen, dass viele das kaufen würden. Ich auch. You know, when you collect the seeds from all these plants and sell it outside. I would buy it. Even the seeds. Wer verstehst du jetzt? What is that? Aber es ist schön, wenn du auf die Gründe schaust, wenn du auf die Gründe schaust. Du bist auf der Gründe. Einige Monkeien für die Geräusche. Oh, ah, 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 ah. jetzt fühle ich mich im urlaub bevor habe ich gar nicht gemerkt was ist das aber das ist auch schön, das röde was ist da? wir laufen dort wo nicht alle laufen oh, this is nice one, you see, this is the last time in Kenai I asked the man, how growing this jetzt siehst du, siehst du, wie groß das wird in der Kindergärtnerei, guck mal, naja die können hier Wasser ohne Ende vom Nil nehmen zum Gießen naja, die brauchen viel Wasser im Sommer da waren wir vorher ah ne, wir waren da hinten, hier kommen wir noch and also the air is so fresh, sah frische Luft der Honne west indian locust tropical african ok will man moringa baum sehen mensch wo sind die dinger hier sind die dinger sea apple malaya mhm da ist hibiscus was? hibiscus ja das sind doch die Samen ah, ich habe sie gefunden gib sie mir es ist geschrieben, du kannst sie nicht nehmen sie nehmen ja, ich nehme sie, wenn sie wollen ich habe sie holden es ist le es ist na 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 Was ist der Name? Hier ist ein Tempelbaum wieder Ask für ein Sabar Vielleicht weiß er Maschi, das ist ein weiterer Er hat mehr Info Alle Fikra Sabar? Ja Sabar 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 Was ist das? Wo ist das? Das ist das Das ist das Ah, das ist großartig Das ist richtig Kann ich hierher ausfüllen? Ich weiß nicht, ob ich es nicht Es gibt nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht Es ist schön Es gibt eine Wart Es gibt eine Wart Es gibt eine Wart Es gibt eine Wart Bananen Bananen? Ich muss mich mit dem gut stellen Vielleicht kommt springt was dabei raus Leute Wow Ach, die Ich bin mit der Ahmara Ist das Der 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 also schade da würde ich dir sofort die für die samen kaufen oder guck dir mal den baum an india der baum ist so wie die blätter so gewählt der mit der gärtner hier der liebt die pflanzen so große blumen gibt er sagt was ist das cannonball nethern south afrika we cannot take this home they have not seeds ja gut bis der baum wächst oh hell wow und dem baum look mahmoud lemon oh 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 richtig gut warum unsere buch nicht so Der ist total engagiert, aber der gibt mir keine Samen, jetzt geh ich, jetzt sind wir nicht mehr Freunde. Oh, das riecht gut. Ah, die Comfort-Tree. Oh, das ist die Comfort-Tree. Cinnamon. Halt, wo ist das, da könnt ihr es sehen. Wie das, was für Gerüche das hat, Subhanallah. Das riecht super. Guck mal, das ist das, was ich auch gerne hätte, Mahmoud, das I like. What did he bring now? Seeds? Anyway, we cannot wait for this tree to come. Wow, das ist ein Kardamon. Das ist, ah, das ist Khasab. Das ist Khasab. Das ist Khasab. Das ist von der Rinde. Was ist Dorn? Was ist Dorn? Was ist das, Mahmoud? Was ist Dorn? Was ist Dorn? Was ist Dorn? Was ist Dorn? Kokos? Ja, Dorn. Ich weiß nicht, Dorn. Ich weiß nicht, Dorn. Ich weiß nicht, Dorn. Das ist für Dachd. Ah, für Dachd. Das kenne ich gar nicht, die wilde Dinge. Das ist für hohen Blutdruck. Guck. Tut man das dann trinken als Getränk. Kennt ihr das? Kosau kenne ich. Ich kenne das nicht. Kokos ist es nicht. Okay. Hm? Was haben wir die private Führung? Sandelbaum. Was? Mobolo tree cape a bonnie. Wäben. Ich kenne ihn nicht. Aber sieht schön aus. Super. Ach, der guckt zum Halten, dass er nicht umkippt. Ayo. Wow. Wow. Salami. Guck mal. Sie sponcht die, Mahmoud. Liffa, sah? Wie der Liffa. Wie das aussieht, das ist ja richtig gut. Siehst du, wenn du so einen Führer hast, siehst du die Bäume mit ganz anderen Augen. Naja. Brasil. Digoni. Hallo, Che. Was ist denn da in den Käfigen drin? Ach, Lichter sind es. Coffeetree. Nescafé. Chagardy. Guck mal, der Kaffeebaum. Cool. Quaze. Salamander tree. The bastard tree. Lass mal runter. So, jetzt werden wir entführt. Mach Mut. Kidnapping. Da warten jetzt die Kumpels und die bringen uns ums Eck. Ja, ja, ja. Erst uns ein paar Pflanzen zeigen und dann in die Falle locken. Aha. What? Mimose. Ayua. Touch and close it. Helwa. Guck mal, Mahmoud. Oh, if you touch it, they are angry and go closing. Ja, Schukas. Hm. Ah, auf hier, Schukas. Guck mal, die Mimose. Das wäre jetzt abgelenkt. Und jetzt kommen die Bande von hinten. Ist das cool? Mimose. Hallo. Hm. Guck mal. Guck dir? Ach, auf wie sieht's? Ah, die wurde das nicht. Na ja. Hm. Komm. Meisch. Also doch keine Entführung. Es macht nur Spaß, Leute, gell? Guck mal, guck mal. Ja. Ja. Ah, ja. Cool. Jetzt krieg ich doch noch ein paar Dinge, das ist. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Und die haben wir, äh, Tachtin? Tachtin, voilà. Ah. Furgtin oder Tachtin? Furg. Also nur die Ashan Gai. Okay. Mal Kies. Ich bin schon da. Moment, jetzt hab ich Samen kriegt von der Mimose. Von der Mimose, sag? Super, sag. Aha. Okay. Ach, ich hab schon die Hoffnung aufgegeben. Ich hab mich schon kidnappen lassen, jetzt krieg ich Samen. Seht ihr? Man muss nur Geduld haben. I was thinking. Ayua. I'm joking, Mahmoud, in the video. Dad will love schweiern, you know. But it's nice. Katmarin. 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 I don't know. But this Hibiscus, I know. I won't. What? elesêtsde Coffe? From what? The coffee? If you're改经. What is this? It says a little Marie. It says a little Marie. That's a little Marie. From Baummarin. Oh Amelia, where is here Marie? But here? Es canteen Marie and a little conseil. But materials and training it is懂? der maria baum die eier hergemacht mutter schennte faller schmeiß alles zusammen jetzt kriege ich den maria baum samen mexiki sabote sabote feigen die keine ahnung aber quays mashallah die katzen hier gotta ekelheni mashallah min gib die katzenfutter sind die hübsch guck mal die schwarze da an die bringen extra brekkies tierliebe ist vom islam welcome to the botanical garden ein tourist bringt jeden monat einen katzensack und sagt für die katzen zum essen der ist immer so geizig mit dem trinkgeld der hat uns jetzt so viel gezeigt und gegeben der kajal baum wenn ich es richtig verstehe er bringt uns jetzt die rinde i should make make up now ok guck mal da kannst du dich schminken natural sich mal das ist für die augenbrauen da kannst du die augenbrauen nach schminken guck mal kochel kajal baum cool subhanallah so jetzt laufen wir den mann hinterher sich mal was man hier lernte fürs leben gerufi zimt ah cinnamon da steht cinnamon iowa gerufi ich habe so viele gerüche in den fingern jetzt das ist der kaffee strauch von im wabon trink das ist die helwa khalis ja frangipani die papyrus die in den bt und saba die aber sagaya jasmin hindi nicht kibir wie viele Jahre sind die 20-30 Jahre und so 20 Jahre ist der baum alt guck mal guck mal kohl papaya papas wie viel beti come an in arfa ach so papaya haben wir auch aber ich ja fern 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 ich sehe nicht, was meinst du? fern 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 hier ist eine gärtnerei jetzt wird die nervös jetzt kann man kaufen so jetzt komme ich mir was was ich noch nicht habe zu hause ich muss mal kurz schauen die kenne ich nicht also die gefallen mir nicht sonnenbrille abnehmen dass ich besser sehen kann ich habe viel ausgetrocknet hier hier ist die Moringa ich habe die Moringa ich habe die kleinste, sehen die Moringa ich habe die in der Kirche das ist in der Kirche oh das ist großartig Ihr habt alle in die Familie gegrt. Mahmood ist ein wir. Gegrt hier. Wie soll ich das hier sein? Für die. Das ist die. Ich habe keine Bedeutung. Ich habe keine Bedeutung. Das ist nicht so. Ich habe nichts. Wie soll ich das? Das ist eine Capante. mit einer eise kibir misch so reier und dick wie es nur er die anti arf das ist ein gymnasium gymnasium die kaktus okay weil ich glaube so was ähnliches habe ich schon okay die mich behaupten und die er bei den listen die minnen hat die wie hat er dann nie die nr was die sind her worthia guck mal das an er die mamilaria mamilaria guck mal wie schön die giege mal ich mal ich mal nicht so jetzt muss er den ingenieur anrufen und fragen was er hier kostet er die kann man es ist also griechisch ist keine ahnung also das heißt auch griechenland junani riecht gut um we are finished normally now order to ask him is this also for going inside hier 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 was ist das? ist das? ist das? ist das Jackfruit und wie heißt die Frau? ist das? Jackfruit und die ist das? ist das? ist das? ist das? nicht 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 wir gehen wir sehen uns alle alles nicht Zeit danke ist das? das ist der Mann von der Gärtnerei der bringt uns den Sabar auch noch ins Hotel der kennt das Hotel dann wird das bringen voll cool das ist der Mann von der Gärtnerei Mistwerk ah für den tietern Mistwerk Mistwerk ist der Tacht ah die zwei sind von den mistwerk wo man die Zahnbürste das ist von der sunna von unserem propheten muhammad sallallaholeyhi wasallem der mistwerkbaum cool super okay we bought it you bought it what was it 120 and what you give him now nothing just a change something okay now then leave it it's expensive you give him already so you change money for this man how to miss work three look Mahmoud how are they dispose okay yellow been a thin where is it Hina a subar 10 it's Kennedy Sabara warum haben sie gesagt hier gibt es keine Kakteen ich gucke lieber nach den Kakteen ich bin doch Subulata das ist ein Tinschuki guck mal und da unten die Schwiegermutterzungen this is something look when you have this in front your home guck das auch Tinschuki Tinschuki und die Spaghetti this we have all how you say proud to this man we have all this kind and to talk to at home I think he don't believe you look how are they super und in diesem Felsen sieht das halt super aus gell wenn du so zwischen den Felsen guck mal kurz so ein Ding warte mal warte mal das ist ja toll guck mal das an wow wow ja Chalas ja Chalas Mast für Tee what for Tee Mast ah der 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 Mastenbaum da ist ein Mundschutz ms 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 super now i'm thirsty jalla bina jalla leidt mohammed mounir in der ship ja der mohammed wartet auf uns i want to say my mother say i call you big shape leave me alone i'm dizzy guck mal dicke schwiegermutter zunge so jetzt aber schnell leute es war der botanische garten i don't need to go oh guck mal wie die den namen da reinschreiben das ist doch wieder hier elefantenorben baum das ist eine mimose full of what da fragst du wo ist das bar und sagen die da gibt es nichts wie gibt es crocodiles das langt genug botanischer garten eigentlich habe ich viele pflanzen auch aber klar die bäume halt nicht jetzt haben wir ein bisschen saat mit genug kriegt relli heißt samen so leute das war's im video ich bedanke mich dass ihr zugeschaut habt unserem boring blumeria das ist eigentlich nicht boring aber bei der ms voll heiß und ich muss was trinken und der schiff wartet also da muss man zeit haben und sich noch mehr auskennen ja ok das war's im video bis die tage maselema boi boi